Ja? Naja... Kennst du das nicht? Ich mein... Das ist ja vielleicht auch... Du kannst kein Tag erzählen. Oh, soja... Was ist es, Dominika? Kannst du mir ein bisschen helfen... Das geht es nicht, ich bin gerade mit meinen Fingernägen beschäftigt, ich will heute auch schön aussehen. Das geht es nicht, ich bin gerade mit meinen Fingernägen beschäftigt. Ich bin gerade mit meinen Fingernägen beschäftigt.